Musik Da war ich 26, mitten im Berufsleben verheiratet und dann plötzlich, zack, war die Diagnose da. Wenig später hat mich dann meine Frau verlassen und es war nicht schön damals. Das Hauptproblem bei mir war wirklich die rechte Hand und wir haben dann versucht mit gezielter Ergotherapie dem Ganzen entgegenzuwirken und das hat sich dann verbessert, also man könnte sagen zurückentwickelt. Ja und heute bin ich eigentlich kaum mehr eingeschränkt, weil ich kann Sport machen, ich schwimme gern, tue auch ein bisschen Nordic Walken und jeden Tag in der Früh raus mit meinem besten Tumpel, also mit meinem Hund. Ich habe es früher immer belächelt, wie es immer geheißen hat, der Hund, der beste Freund des Menschen, das ist tatsächlich so, der steht zu dir, egal was ist und gemeinsam gibt man sich ihr es nicht viel. Und man lernt auch neue Frauen kennen. Ich habe MS und liebe mein Leben. Aber dann bin ich ein Stein. Ich kann mich nicht mehr ein sagen. Vielen Dank.